Ja so, wenn du zu nah ran rennst, dann knebeln zieh dich einfach nie, ja. Ja. Weg mit dir, 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 geht. So, schnell nachladen, das Gute. Du machst immer noch Kuh, denk dran. Ach ja, stimmt. Ja, aber wegen einem Gegner. Ja, hast du vorhin gesehen, was ein Gegner gemacht hat? Ja, du wolltest wissen, ob ich nahe Kampf kann, also. Also, wenn, dann bin ich zu doof, um es zu kapieren. Ja, vielleicht gibt es ja auch nichts für nahe Kampf, keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch gar nicht, weil, glaube ich, auch nicht so. Ja, würde mich ehrlich gesagt nicht stören. Ah, okay, ich dachte gerade, er hat eine Waffe nach und dann... Ich habe eine freundliche Waffe, die mich aus der Tür klingelt. Zurück, die Tür! Wir haben dich! Amen, du Idiot! Wahrscheinlich gesagt, Dinge waren besser hinter der Haus. Was erwartest du immer? Standschutz. Aber das hat nur diejenigen, die noch gelegt haben, als ein Mann. Wahnsinn. Weg, ihr euch. Hm, das heißt, nice. Geh rein und triff billige Kede. Hm, lol. Zurstellung gibt es Punkte. War es noch nicht. So, das ist die nächste. Also, jetzt hat es mal dich dann gezielt, oder? Dirty Dave. Geheimnis. Zwei von drei Stinking Springs. Boom, bitch! Meister-Schütze mit 21 und 21 und 21. Schlau Geh-Fuchs. Schlau Geh-Fuchs. Billy the Kid! Schlau Geh-Fuchs. Nice! Du weißt schon, dass du volle Munition hast. Ah, okay. Ja. Aufpassen. Ja, die Szene kenne ich aus dem Trailer. Uh! Boom! Kacke bin ich scheiße. Was? Oh! Boah! Get to the other side! Nein! Weg mit dir! Wie du das jetzt durchgesehen hast. Deck. Nein! Die Munition wird schnell knapp, wenn ich super baller, wie ich sie jetzt tue. Die rennen auch sauf לפern. Ist gar nicht zu einem Vertreffen... Ohohohohoho! Der war es nicht schlecht. Haha. Der ist sauf, du. Ahhhh... Man muss sie mal ausprobieren, oder? Ouh. Scheiße. Passt. Durchschlagsschuss. Dahinter, okay. Übrigens, das Spiel ist ab 16, hätte ich nie gedacht. Hm, hm. Und dann, hallo. Reflex. Oh, das ist nice. Geil. Rennen. Rennen doch. Passt. Nice. What the fuck, Alter? Ja, das war's gefressen, ey. Mhm. Wow. Es gibt besser doch mal Kampf. Ich will die Axt, man. Wow. Ah, das war eins mit dem automatisch ziehen. Auto-Aim, Junge. Ja, aber das sind ja nur so in den speziellen Sequenzen. Geile Musik. Scheiße, wenn ich gucke. Uh, guck dich mal. Ah, wir sind schon wieder aufgestiegen. Oh, geil. Jetzt gibt's ja schönes. Konzentriert längere Kombos. Lass deinen Blutrausch nicht zu kurz ausfallen, ey. Ich war ja gleich ein bisschen. Ich war ja gleich ein bisschen. Tiefe Taschenrohr, höhere Munitionskapazität, Revolva, nee. Das, lame. Was war das hier? Du wirst niemals gut hier... Ungefähr jede vierte Kugel meiner Kurzer verprallt von dir ab. Okay. Ja, du, du kannst entscheiden, wie du hier bist. Ja, ich, ich will das Adler auch. Das hört sich geil an. Du hast jetzt eigentlich die andere Waffe auch? Welche andere? Oh! Siehst du, Adler-Auge, ne? Das ist schon nice. Munition, Munition, ich will Munition. Oh mein Gott. Ich sehe gerade, dass es mir gar nicht gefällt, aber egal. Nämlich? Die Frameranzahl. Ah, ja, ja, 40 ist nicht so schlecht. Ja, ja. Was? Es gibt Punkte? Peter, Peter. Das macht ihm natürlich wieder Spaß. Es gibt extra skill, äh, extra EP. Komm her, du. Komm her. Ja, nee. Genug mit der Tierquälerei. Ich brauche aber, ich brauche was zu Nacht essen, was du... Also, ich finde es witzig. Ja komm, kill die anderen auch noch gerade, wenn du uns dafür hast. Ja, genug Munition verschwendet. Das würde mit den Call of Tweets als neues Feature verkauft werden. Ja, ähm, wir haben noch ein Feature, die Fische schwimmen die aus dem Weg. Wie wirklich alles gibt dir einen Punkt? Flaschen zerschießen? Sogar Flaschen? Ja, das ist halt so richtig. Und hier? Das Spiel hat keine Hobbies. Ja, ähm, genug. Oh, Munition. Hol die Pferde aus dem Stall. Gibt's das ein Duell, oder was? Ja, schaut mir ganz danach aus. Hm, unsympathischer Kerl. Ja, noch schnell den Sheriffstern schön reiben, ne? Stolz. Gut aussehend. Ungeschickt. Lol. Ja, sehr gut aussehend. Lässt sich drüber streiten, ne? Also, das sind wir, ne? Also, das sind wir, ne? Also, das sind wir, ne? Der da hinten. Halt den eigentlich drückgelegen, um fortzufahren. Okay. Auf dem Gegner fokussieren. Boah, ist doch schwammig. Siehst du mir jetzt extrem schwammig aus? Ja, ist auch. Ja, das soll es natürlich schwerer machen, ne? Wie cool, der FF wird immer kleiner. Wenn der Gegner zu Waffe greift, drücke, um die Waffe zu ziehen, ziehle mit. Und schieße damit. Okay. Jetzt! Ja, dank dir. Jetzt hast du noch mehr. Ja, egal. Scheiße. Geben sie jetzt doch Punkte, kannst du mal testen. Ja, wenn ich denn mal einen Hund treffe. Ja, Leute, die rennen davon, das find ich geil. Komm. Ja, die PPP. Ja, die PPP. Hast du gehört? Fat Chicken. Ich steppe in die Seite. Und... Und... Das war Gerrits Bezirat. Das ist nicht Billy. Und... Boah, das war nur das Beginn. Boom, bitch! Präzision, 53%. Ehrenhaft getötet. Auszeichnung der Wahl empfangen. Schnelligkeit. EB-Bonus Gesamtzeit. Nuggets der Wahl. Zwei von drei. Äh... Für Ort fahren. Nice.